aber es gibt natürlich auch einen zweiteiligen verstärker was ist überhaupt der unterschied der unterschied ist im combo verstärker ist das verstärker segment in die box mit hinein gebaut das ist praktisch wenn du zum beispiel deinen verstärker mitnehmen muss auf eine probe oder mal in einem anderen raum üben musst oder willst dann kannst du einfach diesen combo amp nehmen und damit spazieren diesen meistens auch nicht so schwer und beim zweiteiligen verstärker haben wir den vorteil dass wir das verstärker segment und die box getrennt voneinander haben warum ist das ein vorteil wir können verschiedene boxen mit unserem verstärker modul kombinieren die klingen immer ein bisschen verschieden man kann man eine kleine box nehmen meine große box für die große bühne und man ist dann irgendwie ein bisschen flexibler deswegen lasst uns auch den zweiteiligen amp etwas genauer anschauen kommt so herzlich willkommen auch am zweiteiligen amp bevor wir unser instrument anschließen können brauchen wir natürlich wieder strom das ist exakt selbe kabel und der exakt selbe anschluss am hinteren teil des verstärkers nachdem du nun deinen verstärker mit strom versorgt hast solltest du eine verbindung schaffen zwischen dem verstärker modul und dem boxen modul dazu brauchst du ein so genanntes speaker kabel ein lautsprecher kabel und das sieht erstmal absolut identisch aus wie ein instrumenten kabel nämlich mit einem klinken stecker auf der einen seite und einem klinken stecker auf der anderen seite und dazu gibt es einen vorgesehenen anschluss hinten am verstärker modul und auch am boxen modul achtung da stehen zahlen dran und zwar vor einem kleinen zeichen dass ein omega ist und das bedeutet oben also widerstand darauf müssen wir immer achten denn da wird ein widerstand in den stromfluss eingebaut und das sollten immer dieselben zahlen sein da steht entweder eine 4 eine 8 oder 16 davor und wenn du zum beispiel deinen verstärker an die 8 ansteckst an dem verstärker modul solltest du auch an den achter anschluss am am boxen modul einstecken damit das von dem widerstand immer derselbe ist das ganz ganz wichtig deswegen darauf achten ich zeigte das aber mal hinten an der box wenn du das gemacht hast nimmst du dein instrumenten kabel und steckst das in den vorgesehenen input und die klangregelung erfolgt eigentlich fast identisch wie beim kombo verstärker wir haben jetzt in diesem fall sogar drei möglichkeiten den klang unserer gitarre zu beeinflussen einmal über die bässe mitten und höhen das bedeutet tiefe frequenzen mittlere frequenzen hohe frequenzen dadurch kann man die den klang der gitarre sehr gut beeinflussen und die gitarre entweder etwas dumpfer machen oder heller klingen lassen hier bei diesem verstärker und eigentlich bei fast allen zweiteiligen verstärkern gibt es außerdem noch eine zusätzliche volume regelung also eine lautstärke regelung stell dir das vor wie zwei tore die hintereinander kommen und da ist eine riesen menschenmenge die möchte durch diese tore reinkommen ja die menschenmenge ist in dem fall das gitarrensignal wir geben hier ein signal auf diesen verstärker drauf und jetzt müssen wir das erste tor ein bisschen öffnen damit da überhaupt was rein kommt dafür steht dieser regler gain eingangs lautstärke das heißt wir können hier beeinflussen wie viel signal von unserer gitarre überhaupt in diesen verstärker hinein darf so und wenn du zum beispiel die rockstars nimmst die lassen immer ganz viel signal in den verstärker rein und dann fängt das so an so ein bisschen verzerrt zu klingen und wenn man die das zweite tor ganz offen hat dann ist das natürlich wahnsinnig laut deswegen haben wir mit dem volume regler hier auf der rechten seite eine möglichkeit das signal ein bisschen leiser zu machen damit es nicht ganz unsere nachbarn und unser unser haus in die luft jagt und dadurch können wir den klang ein bisschen leiser trotzdem durchlaufen lassen ich würde dir empfehlen starte vielleicht mal mit dem gain so ungefähr auf 12 uhr also auf einer relativ neutralen position und spiel einfach mal mit dem ausgangs lautstärke regler was für dich angemessen ist und dann kannst du den klang auch mit dem eingangs lautstärke regler relativ stark beeinflussen wenn du deinen verstärker anschaltest braucht bei ein zweiteiliger amp normalerweise ein paar sekunden du kannst dir das vorstellen als ob die beiden tore von denen ich dir gerade erzählt habe kurz mit strom aufgeladen werden müssen da ist eine sogenannte endstufe ein verstärker drin und der muss erstmal mit strom versorgt werden und warm werden und dann können wir eigentlich schon mal schauen wie das klingt